Ja, ich fand schon einmal die Auswahl des Themas Ende der Steinzeit mit dem Blick in die Zukunft für den Holzbau sehr interessant, sehr gut. Das einmal als Aussage auch als Chance für die Sägeindustrie. Was den Standort Berlin anbetrifft, fand ich die Wahl dieses Mal auch sehr gut, dass man mal in der Bundeshauptstadt einen Kongress abhält, Zentrum der Politik. Politik war auch gut vertreten. Der Verband hat es geschafft, die politischen Themen, die Themen in der Politik richtig zu platzieren. Von dieser Seite her fand ich es gut. Andererseits ist es auch wieder wünschenswert, einen Kongress in einer Region durchzuführen, wo der Rohstoff herkommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.